Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Force of Nature mit meinem versteckten Assistenten. Hallo. So, Mr. Assistent. Hier haben Sie das Amulett der Macht. Dazu eine Beduidenhut und eine Beduidenmantel. Und damit sind wir jetzt gewappnet, um quasi ins nächste Gebiet vorzudringen. So, mal gucken. Naja. Naja. Merkwürdig, oder? Guck ich schon. Na gut, dann, ähm, Käpt'n Schnürschuh. Ja. Äh, neue Gebiete und so? Ja. Ich bin nämlich leer, ich hab auch für ein Portal bei. Und ich hab schon gesehen, beim Level Up dürfte es dann auch Abstürze geben, so wie jetzt. Könnte es auch Abstürze geben? Ja, das, äh, ist natürlich sehr cool. Das läuft richtig gut. So, äh, jetzt muss ich dich das mal wieder zur Sitzung hinzufügen. Hier. Hat geklappt. Jawohl. Pups. Das war ja jetzt, äh, gut. Das Problem ist, wir starten jetzt direkt wieder unten. Ich hoffe, er hat's jetzt gespeichert. Nicht, dass wir jetzt die ganze halbe Stunde... Nee, ist noch alles so, wie ich's hatte. Also, jetzt. Los, Käpt'n Schnürschuh. Auf ein neues. Ladekarten. Ah, okay, jetzt. Ich hab wohl grad Schiss geschoben. Oh, ist kalt, ist kalt, wir müssen schnell hin. Wohin? Ich weiß nicht. Da lang. Okay. Aua, aua, aua. Ganz schön kalt hier. Aha. Ah, es wird schon wärmer. Wann macht der denn da? Sich wichtig. Sich wichtig. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ja. Sie schützt. Sie schützt. Cool. Komm, ob man nicht durch. Ach, jetzt. Auch nicht. Gut. Denn, Käpt'n Schnürschuh, wohin? Äh. Sie haben einen Kompass. Ich hab mir vergessen, einen Kompass zu machen. Da lang. Kommen wir hier einfach so durch. Weil da vorne ist, äh, Wasser. Ausdruck? Mal gucken, ob man ausdrucken gehen kann. Nee, man kann durchs Wasser gehen. Ja, aber... Hier sind Mops. Ja, ich komm schon. Sehr gut. Bullseye. Nee. Zu viel Fallout gespielt. Ich hab hier auch das Wetz. So. Da hinten ist irgendeine mit einer Kiste. Wir gucken, was der kann. Der da hinten. Was macht der? Der schmeißt mit Sprengstoff. Wie cool. Wow. Hallo. Gut wehgetan. Okay, aber du hast gute Schuhe. Die Schuhe haben mich gerettet. Die Schuhe haben mich gerettet. Also Käpt'n Schnürschuh, wo lang? Ja, Schnürschuh hier lang. Schnürschuh hier lang. Geben sie Befehlthron an hier. Schnür, schnür. Schu, schu. Okay, schnür, schu, schu. Schnür, schu, schu. Okay, da vorne ist noch ganz viel Bambus. Brauchst du noch viel Zucker? Weiß ich noch nicht. Zurzeit nicht eigentlich, ja. Okay. Also macht das noch lang zum Spaß, sich durch den Urwald durchzuhalten hier. Er denkt dran, wir brauchen auch echt viele Kreaturen, ne? Ja. Schön. Kann die hier auch abenden? Ja, aber man kriegt nichts raus. Schade. Die kann man wegmachen. Ach so. Die kann man wegmachen. Oh, da ist ein, äh, Gorilla. Ein Gorilla. Und ein Skorpion, Skorpion. Sei vorsichtig, sie sind scheiße schnell. Ah, fest. Wie? Ja, jetzt häng ich hier fest. Oh, ich bin vergiftet. Oh, ich auch. Wir hatten doch Antidot, hast du uns gemacht, ne? Ja, ich hab keine zwei. Da. Entfernen Vergiftung nach fünf Sekunden. Hä? Ah, jetzt. Holy. Da werden wir ja richtig was zu essen brauchen jetzt. Oh, Mann. Aber ich hab einen Skorpionstachel, das heißt, wir können vergiftete Pfeile machen. Geil. Ich glaub, da werde ich dann auch sogar noch für die Bronze Pfeile dann machen. Das Problem ist, ich hab jetzt nicht mehr genug Steaks, ich hab jetzt noch ein neun Stück. Oh. Ich hab noch drei, wenn du überhaupt willst. Ja, dann? Wenn sie gebraten sind? Nehme ich sie gerne. Hast du da noch genug zu essen? Ja. Was kommt, ja? Natürlich wieder auf mich. Ich werd gleich sterben. Hast du da noch giftig, gift? Ja. Warte mal, ich teile mal das, was ich jetzt noch hab. Hier hast du auch nochmal zwei. Also wir brauchen ganz viele Kräutertees hier. Ja, auf jeden Fall fürs nächste Mal. Weißt du auch hier dann auf die Lichtung, dann einfach ein Portal, oder? Ja, warte, da kommen noch welche. Und ich hab noch nicht mal meinen Kaffee getrunken. Ach, der Affe macht so ne komische Geräusche, der hat mich eben angegrunzt. Oder wollen wir noch ein bisschen weiter reingehen? Noch ein bisschen weiter rein. Bis uns das Kräuter ausgeht. Bis uns das Kräuter. Bis uns das Kräuter ausgeht. Ich weiß nicht, wer war das Kräuter irgendwas. Sprachen lernen, babbel. Das kann ich. Sprachen lernen, babbel. Das hab ich erst nicht gehört. Wie, das hast du schon nicht gehört? Warum hast du das jetzt nicht gehört? Hm. Das ist fast, da fragst du den Falschen. Irritierend. Eigentlich hab ich's eingestellt, dass er das auf dem Teamstick auch aufgeben soll. Hm, merkwürdig. Muss ich mal gucken. Gab sowieso für das Deck ein neues Update. So, wie weit sind wir rein? Wow. Josef, du hast den Plan. Du weißt ja ungefähr, wo das Nature-Stück ist, zu sehen ist. Am besten so da vorne ein Portal stellen. Ja, okay. Oder bis uns das Antidot ausgeht. Ja, dann weiß ich, was ich als nächstes herstellen muss. Ja. Aber Skorpionstachel, Mausi. Das heißt, giftige Pfeile. Achtung, Skorpion. Ii, der schießt seinen Stachel sogar. Oh, und ich komm hier nicht weg. Das hab ich gesehen. Ich auch grad nicht. Eieiei, der schießt dann einfach seinen blöden Stachel. Also ich hab keinen Antidot mehr. Das war jetzt richtig gefährlich. Das sind wir auch letztens an den blöden, hohen, hochleveligen Skorpion so schnell gestorben. Und so einfach vergiftet. Das macht mir ein wenig Angst. Was kräuche ich hier im Urwald, ey? Ich bin schöner als da bei der Kälte. Ja, okay. Oh, was hab ich da eingesammelt? Rohrstock. Kannst du mit Rohrstock was anfangen? Ja, Zucker. Ah, da kriegst du einen Zucker raus. Ja, also, ich kam hier noch nicht durch. Hab ich ihn geboost? Na, aber Mausini. Das darfst du doch nur mit deinem Ehemann machen. Ja, einen Schnürschuh, bitte. Ja, okay, Käpt'n Schnürschuh. Wie machen mir diese Geräusche Angst? Ich denke immer irgendwie, gleich greift mich so ein Affe von hinten an, so. , äh, 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 äh. lade karte da geht es jetzt hier einmal quer durch schiff dass wir so ist ja vollkommen wir da aber eine bombe da man sieht direkt wo wir unsere wiege schlagen dann schon gespät er macht schaden schweinepriester das blinkt gemacht blinkt gemacht habe ich nicht gehört ich habe nur zwei amethyst spielte bis jetzt aus den zwei werde ich wohl wahrscheinlich uns erstmal noch ein amulett machen weil wir zwei amulett plätze haben so an der zeit wo du jetzt da akka sauf ich mich mal mit erbt durch voll die ekligen geräusche darf der goblin hatte schon hier kriegen sie auf schnauze wieder kein bling voll spook hier aus schön danke da ist noch einer falsch tasse das ist noch ein bomben typi ja wir brauchen gegners hinter dir hinter dir der haben gemacht das habe ich gehört sehr schön so ich bin hier die ganze zeit noch am saug ich mir auch mal was essen also um seile brauchen wir uns zunächst dann keine sorgen mehr machen noch hier gibt es wenigstens keine schimpfe bis jetzt nicht so ich bin noch mal ein bisschen was essen ich gehe hier lieber voll durch mit dir da ist noch einer die sind ganz schön schnell und flink ne nichts hier tropft ja ausrichten ne nichts so dann trinke ich mich noch mal auf der bogen frisst ja doch schon ganz schön viel ne da muss mir sagen weil ich kann das fort auf nature nicht mehr sehen das ist so kurz davor erst so kurz davor dann halt auch wirklich das portal irgendwo hinstellen konstruktion portal ich habe die steine vergessen ich habe hier irgendwo was zum abernten gesehen ich brauche zehn steine ich habe alles bei bloß die zehn steine nicht ich habe alles bei bloß die zehn steine nicht hier irgendwo was zum abernten gesehen können die drüber schmeißen das sieht nicht so aus ok haha ja komm die kriegen wir gleich noch weg da ist kein skorpion mit dabei war ach komm schon ok kaffee trinken wenn die drüber schmeißen können dann kann ich doch drüber schießen ja natürlich der busch ist natürlich im weg schade jetzt senke ich hier fest ah ich muss mich befreien so dass die uns schon jetzt wieder vergessen haben mob ki halt so also fürs portal haben wir genug nehmen wir die jetzt noch mal mit das ist aber test oder sogar eisen als tasse aus weiter da ist wie oder der und wie das die 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 das mal mir noch mal wo ich das portal denn gleich hinstellen soll also noch mitnehmen ja okay wenn man sogar noch kupfer was auch trinken 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 da hat sich der ausflug ja jetzt schon eigentlich gut gelohnt alleine wegen dem eisen auf jeden fall machst du dann sonst noch hier was aus dem dschungel nena irgendwas spezielles jetzt was jetzt so einfallen würde und wenn ich nichts anfangen der schwerkraft wieder zum trotz ich schlage uns sind schon mal zum kopf durch haben wir wieder viel kaffee brauchen mein erbesser bringt halt nicht so viel ein schade dass man aus dem bananen nichts machen kann so ein bananen shake oder so wäre eine coole idee weil die runde oder fallen die rauf so die übelsten kaffee bus jetzt mal vier kaffee hintereinander weggesoffen ausdauerregerierung jetzt wird schon schwächer so kapitän schnöschu ja wo muss das portal hin ich glaube dass wir stehen okay da wo du stehst dann musst du da jetzt mal gleich weg gehen solange sich gegner in der nähe befinden kann ich das nicht hier hinstellen das hat uns einer gesehen okay sei bloß vorsichtig level 10 okay gucken wir mal kann es jetzt ja jetzt kann ich also hier hin wo du jetzt stehst ja wo ich hier stehe ja dann musst du jetzt mal beiseite gehen so hoppala ja portal name geben und so ist ja deine aufgabe da bist du sowieso besser als ich das portal steht bitte benennen sie ihr neues portal um madame schnöschu hier sind sogar grüne rosen ich habe grüne rosen gefunden maus maus habe ich schon längst habe ich schon längst dann können wir ja zwischen schwarz amazonas okay ja dann vom amazonas nach hause dann kriegen deine beete ja jetzt den nächsten neuen anstrich statt schwarz kriegen sie jetzt eine kombo aus schwarz und grün nicht so dann warte 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 rosen ist deins rohrstock ist deins bambus ist deins palmwiedel nicht bananen gebe ich dir auch mal das ist meins das ist meins ja warum gibst du mir jetzt bananen zurück achso die bananen für mich ja du bist doch unser koch du gibst unsere essensration aus gut dann werde ich jetzt offscreen weil es jetzt wieder bestimmt zehn jahre dauern wird im altar jetzt einmal gleich amulett der behaglichkeit bauen zweimal einmal für mich und einmal für mausi oder wollen wir die das amulett nicht bauen weil es gibt jetzt nur kälte plus und andere plus also sprich wärme brauchen wir nicht mehr gut denn mausi wird uns jetzt noch mal ein bisschen kräuterteam machen denke ich mal ich werde hier hinten mal ein bisschen schon mal mit stein auskleiden damit ich hier hinten auch mal ein bisschen laufspeed kriege und natürlich auch ein bisschen stein zurückhalten eisen einschmelzen und stimmt ich wollte ja gucken und konnte ja giftfeile herstellen und ich wusste nicht vergifteter steinfeil aus einstacheln und zehn machen denn vergiftung schaden 10 in zehn sekunden würde sich das in bronze doch eigentlich besser lohnen so ein paar vergiftete bronze für alle sieben plus sieben schaden vergiftung 11 er da ist die vergiftung auch stärker na gut dann wollen wir mal gucken gut dann werde ich jetzt hier ein bisschen nebenbei craften und mausi macht da auch drüben ihr zeug und wir machen jetzt hier einen klitzekleinen cut und wir sehen uns dann in der nächsten folge hoffentlich schon wieder also schaltet wieder ein und bis denn tschüss